Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Nachricht vom Sieg anzunehmen bei Narkanzi im Schattenmontal an dieser Position. Rechts unter dem Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten eingeblendet, wo ich mich befinde. Vor-Quest war Teufelsherrschaft-Wift. Soweit ich weiß kommt man nur zum Abgabe-NPC in dem man fliegen kann, oder sich von hier portet oder von einem Hexer hin porten lässt. Anderer Weg ist mir nicht bekannt. Und da bin ich auch schon da. Quest ist dann abzugeben bei Oberbahnführer Orbavok im Schattenmontal an dieser Position. Hoffen mein Video konnte euch irgendwie helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. I Zocke Ende Ihr wisst mir im Schatten. Schatten wir mal uns beim Schatten.